Nachdenkseiten Die kritische Website Der Spiegel des fröhlichen Biedermeiers von Wolfgang Lieb Die Spiegel-Titelgeschichte von dieser Woche Wir sind wieder... wer? ist gleichsam ein Spiegelbild der Befindlichkeit der Spiegel-Redaktionslinie. Man nutzt die schwarz-rot-gold unterlegte nationale Fußball-Euphorie, um das eigene Bild einer entkrampften Nation zu malen, in der fröhliches Biedermeier-Kühler-Nationalismus-egoistische Schonhaltung herrsche. Egoistisch sei die Schonhaltung, die eigenen Soldaten zu schonen. So wird die mangelnde Unterstützung für Gauks, Steinmeiers und von der Leijens Forderung nach einem stärkeren militärischen Engagement in der Welt durch die Deutschen kritisiert. Innenpolitisch seien die Deutschen weitgehend saturiert. Sie würden von der Großen Koalition gepampert. Nur außenpolitisch fehle ihnen die Orientierung, hier fehle ein Bundestrainer, der eine klare Linie findet. Der szenische Essay über Deutschland ist ein Musterbeispiel dafür, wie sich der Spiegel selbst zum fröhlichen Biedermeier degradiert hat. Wir als Fußball-Weltmeister müssten nur noch in der Außenpolitik unsere eigenen Soldaten nicht mehr schonen. Boulevard-Journalismus lebt von der Personalisierung. Auch in dem Spiegel-Essay werden ziemlich beliebig herausgegriffene Menschen mit ein paar Bemerkungen eingefügt, mit Zitaten, mit denen man, ohne selbst Farbe bekennen zu müssen, die eigenen Botschaften verstecken kann. Wir sind ein unheimlich gutes Volk, lässt man eine, natürlich einen Bikini-tragende, 61-Jährige aus dem Strandkorb auf Sylt verkünden. Übergangslos wird dann eingeflochten, dass Merkel bei den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Landung in der Normandie, Zitat, wie eine Anführerin der Welt, Zitat Ende, wirkte. Es gebe ein neues Deutschlandgefühl, Leichtigkeit und Bedeutung, eben wie das Spiel der Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Brasilien. Bildlich untermalt wird dieses neue Deutschlandgefühl mit Fotos, bei denen die deutschen Kicker die gedemütigten Brasilianer trösteten und wo ein deutscher Soldat am Rande eines Militäreinsatzes notleidende afghanische Kinder beglückte. Unserem Land geht es so gut, alles ist so schön und neu hier, auch bei uns zu Hause in Weimar. Zitiert der Spiegel einen Ossi, der natürlich gerade in der Gourmet-Abteilung des Berliner KDW sitzt, um die redaktionelle Botschaft zu verkünden, dass, Zitat, insgesamt die Einheit geglückt sei und die Deutschen Deutsche geworden seien. Ein Albaner vom Münchner Viktualienmarkt darf den Zitatlieferant für die deutschen Tugenden abgeben. Die Argentinier machen immer so viele Kreuzzeichen vier, fünf Mal hintereinander, das muss man auch mögen, sowas haben die Deutschen halt nicht. Die machen mehr, was zu tun ist. Da wird nicht gebetet auf dem Platz. Beten hilft dir am Ende auch nicht, du musst verstehen, was passiert, das ist es, das ist Deutsch. Zitat Ende. So nebenbei darf der Migrant auch noch für die Botschaft herhalten, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei und dass Ausländer und Deutsche sich aufeinander zubewegten. Zitat Wir sind ein Volk und zwar ein Buntes. Auch das macht Lockerer. Zitat Ende. Der Tourismuschef Berlins darf bezeugen, wie beliebt wir Deutschen bis in den letzten Winkel der Welt inzwischen sind. Zitat Wir waren die Stars des Abends selbst in Ulaanbaatar und wie sehr doch Berlin Zitat Die Metropole Entkrampfung Zitat Ende sei. Der einzige Wermutstropfen sei der Berliner Flughafen und ein Technikchef, der in Verdacht stehe, korrupt zu sein. Selbst eine Österreicherin freut sich über den Tabubruch, dass sie sich öffentlich für Deutschland freuen kann. Aus Dresden im Schillergarten darf sich dann noch einer der notorischen Miesmacher zu Wort melden, der keine Fähnchen an sein Auto klemmen will, der ein WM-Spiel noch zu sehr mit dem Endsieg assoziiert. Es gebe diese Bedrückung mit der Nazi-Vergangenheit noch immer, aber zum Glück hätten sich ja Zitat Die Deutschen ein Stück weit aus der Selbstverdüsterung gelöst. Zitat Ende. Erneut Zitat Es gibt jetzt ein Erinnern mit Entsetzen, mit Traurigkeit, aber ohne komplett zu verkrampfen. Zitat Ende. Schließlich gäbe es Zitat Wieder ein paar Jahre mehr Abstand zu den Zeiten des Nazi-Terrors und es gäbe wieder ein besseres deutsches Image in der Welt, das auch mit den Fußballfesten seit 2006 zu tun habe. Ein Koch auf Sylt Warum eigentlich immer gerade Sylt? Hat einer der Spiegel-Autoren da gerade seinen Urlaub gemacht oder hat er dort seinen Zweitwohnsitz? Darf die deutschen Tugenden verkörpern. Typisch deutsch bedeutet für ihn Zitat Hohen Arbeitseinsatz zeigen, den Willen nach vorn zu gehen. Wir sind nicht umsonst Exportweltmeister. Zitat Ende. Es seien gerade auch diese deutschen Tugenden, die zur deutschen Leichtigkeit beitragen. Zitat Als Folge von Fleiß, Disziplin und Folksamkeit wächst dieser Wohlstand gerade. Zitat Ende. Es gebe einen wirtschaftlichen Aufschwung, der Frankreich und die südlichen Partner in der EU schlecht aussehen lasse. So wird getreu der Standortideologie das Niederkonkurrieren unserer europäischen Nachbarn kommentiert. Und dann folgt eine lange Lobhudelei, wie sie in keiner Selbstbeweihräucherung der Großen Koalition schamloser betrieben werden könnte. Kleines Wirtschaftswunder. So viele Menschen hatten noch nie einen Job. Die Löhne sind stark gestiegen. Die Deutschen gehen shoppen, bis ihnen die Arme lang werden von den schweren Tüten. In diesem und im kommenden Jahr könnte die Wirtschaft um mehr als 2% wachsen. Die Realität dieses Wirtschaftswunder sieht aber so aus. Das Arbeitsvolumen hat sich auf mehr Köpfe verteilt. So viele Menschen hatten noch nie einen Teilzeit-, Mini- oder prekären Job. Der starke Lohnanstieg sieht so aus, dass die Reallöhne seit 20 Jahren praktisch stagnieren. Im Jahr 2013 sogar um 0,2% gesunken sind und im ersten Quartal 2014 zum Vorjahresquartal gerade mal um 1,3% gestiegen sind. Von einem Plus im Einzelhandelsumsatz im Mai 2014 von 1,9% können die Einkaufstüten auch nicht so viel schwerer geworden sein, dass sie die Arme langziehen könnten. Von der jüngsten Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, wonach sich das Wachstum der deutschen Wirtschaft im ablaufenden zweiten Quartal um 0,3% mehr als halbieren wird, hat man in der Spiegelredaktion wohl auch nichts gehört. Das hohe Lied auf die Agenda-Reformen darf natürlich auch nicht fehlen. Zitat Deutschland profitiert davon, dass es sich bereits um die Jahrtausendwende das Update für das 21. Jahrhundert verpasst hat. Wirtschaft und Gesellschaft haben sich angepasst und das heißt vor allem flexibilisiert. Zitat Ende Dieses Update sieht dann in Wirklichkeit so aus. Zerstörung der gesetzlichen Rente und programmierte Altersarmut, Rente mit 67, Zerstörung der Arbeitslosenversicherung und der Sturz in die Bedürftigkeit des Hartz-IV-Regimes nach einem Jahr. Und Flexibilisierung heißt in der Realität Verdrängung von sozial abgesicherten und ordentlich entlohnten Arbeitsplätzen durch Teilzeitarbeit und unsichere, niedrig entlohnte Jobs, so dass inzwischen jeder Vierte atypisch beschäftigt ist und prekäre Arbeit tief ins Normalarbeitsverhältnis eingedrungen ist. Was heißt, dass inzwischen jeder Fünfte der knapp 20 Millionen Vollbeschäftigten nur noch knapp über der Armutsgrenze liegt. Jedenfalls scheint die Begeisterung über die flexiblen Arbeitswelten ziemlich einseitig auf der Arbeitgeberseite und in den Redaktionsstuben des Spiegel zu liegen. Im Herbst letzten Jahres meldete das Statistische Bundesamt, dass 6,7 Millionen Menschen mehr Arbeit wollen und dass sich 3,3 Millionen unfreiwillig als unterbeschäftigt betrachten. Und um die plumpe Meinungsmache für die herrschende neoliberale Politik noch ein bisschen wissenschaftlich zu verbrämen, wird in der Spiegel-Titelgeschichte zu guter Letzt noch Klemens Fürst vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsordnung zitiert. Zur positiven Entwicklung haben auch die Harz-Reformen und die Vernunft der Tarifpartner beigetragen. Zitat Ende Nun muss man wissen, das ZEW ist ein der neoklassischen Wirtschaftsdogmatik verpflichteter Think Tank, der die Senkung der Löhne als Heilsweg zur Senkung der Arbeitslosigkeit, den Arbeitsmarkt also wie einen Kartoffelmarkt betrachtet. Das ZEW ist von der Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg initiiert und wesentlich finanziert. Andere Studien, wonach etwa die positive Beschäftigungsentwicklung nicht etwa ein Effekt der Agenda 2010 gewesen wäre, würden bei diesem durchgängigen Loblied des Spiegels nur einen Misston beisteuern. Um die Arbeitgeberpropaganda abzurunden, polemisiert der Spiegel dann noch gegen Angela Merkels Geschenke, also gegen Betreuungsgeld, gegen Rente mit 63, schon allein diese unsinnige Formulierung nimmt diesem Beitrag jede Seriosität Mütterrente. Man zeichnet das Katastrophengemälde der Konservativen nach. Künftige Generationen werden dafür zahlen müssen. Deutschland mache derzeit den Eindruck, dass es so zufrieden ist mit allem, dass es den Status Quo am liebsten einfrieren würde. Das sei, Biedermeier, aber immerhin ein fröhliches. Es fehlt eigentlich nur noch, dass der Wunsch wiederum eines Sylter Rettungsschwimmers in Erfüllung ginge. Es müsste zweimal im Jahr WM sein. Eine gute Idee, stimmt das neunköpfige Spiegel Autorenkollektiv zu. Fehlt nur noch, dass Deutschland zweimal im Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnt, dann wäre mit den Deutschen wirklich alles zu machen. Deutschland über alles eben. kommOOF kommönen 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 Vielen Dank.